Die meisten medizinischen Eingriffe sind ja nur dann gut, wenn man danach auf nichts achten muss oder auf wenig, weil sonst macht es ja wenig Sinn. Und genauso würde ich auch vom Patienten mehr, nicht nur mehr Vorwissen erwarten auf die Dauer, sondern vielleicht auch mehr Mitleistung. Die armen Dinger müssen ja hunderttausendmal pro Tag schlagen, das heißt, der Schaden kommt da irgendwann sowieso vor. Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße Sie zu einer neuen MedNight-Folge. Heute haben wir einen der renommiertesten Kardiologen Deutschlands zu Gast und es geht um das Thema Herz, Herzgesundheit und auch die sogenannte Hilfe aus dem Schweinestall. Was das bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Unser Herz ist natürlich ein sehr komplexes Organ und eine ganz besondere Rolle haben die sogenannten Herzklappen. Zum Beispiel, welche Aufgaben haben die Herzklappen, warum unsere Herzklappen krank werden können und auch wie wir unsere Herzklappen schützen können. Genau darüber spreche ich jetzt gemeinsam mit Professor Nickenich. Herzlich willkommen und es freut mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, freue mich. Sie gelten ja als Pionier, wenn man das so sagen darf, der minimalinvasiven Behandlung von Herzklappenfehlern. Bevor wir mehr in dieses Thema einsteigen, würde mich einmal interessieren, wie sieht eigentlich Ihr Arbeitsalltag aus? Wie viele Stunden verbringen Sie pro Woche im OP, im Krankenhaus? Ich nehme mal an, dass Sie ja keinen 9-to-5-Job haben. Nein, ich fange sehr früh an. Ich bin Frühaufsteher, ein anderer arbeitet sehr gerne nachts. Ich bin meistens um 6 Uhr da und versuche so gegen 7 Uhr die Klinik wieder zu verlassen. Also komme meistens so 12 Stunden pro Tag, 12, 13 Stunden pro Tag zustande. Und am Wochenende bin ich immer nur ein paar Stunden hier. Wenn wir jetzt einmal genau auf das heutige Thema Herzklappen eingehen, können Sie einmal kurz und in ganz einfachen Worten erklären, welche Herzklappen haben wir überhaupt, welche Aufgaben übernehmen diese Herzklappen? Klar, gerne. Also das Herz ist ja quasi eine Reihenpumpe. Es gibt ein linkes und ein rechtes Herz. Und das Herz soll ja das sauerstoffarme Blut, sagen wir mal aus dem Fuß, über die Lunge wieder auffrischen, damit es dann meinetwegen in der Leber wieder als frisches Blut tätig sein kann. Und dafür gibt es das rechte und das linke Herz. Und das Blut muss immer in eine Richtung fließen, damit das funktioniert, was wir eben gesagt haben. Und dafür gibt es vier Ventile, wie es das auch in einem Gartenschlauch oder in einem Schlauchsystem geben könnte, in einem Bewässerungssystem. Und das sind die Herzklappen. Es gibt zwei auf der rechten Seite und zwei auf der linken Seite. Zwei davon sind zwischen der Vor- und der Hauptkammer. In der Vorkammer wird das Blut immer gesammelt und dann in der Hauptkammer ausgetrieben. Und zwei Klappen gibt es immer am Ende der Hauptkammer, wenn es dann zum Beispiel in die Lunge oder in den großen Kreislauf, also in den gesamten Körper geht. Und diese vier Klappen haben die unterschiedliche Aufgaben. Was sind vielleicht Gemeinsamkeiten dieser Klappen in den Aufgaben? Haben Sie ja schon grob beschrieben mit dem Kreislauf. Aber kann man da nochmal genauer darauf eingehen vielleicht? Ja, also die Klappen heißen schon unterschiedlich, was auch mit der Anatomie und der Positionierung der Klappe zu tun hat. Auf der rechten Seite gibt es die sogenannte Trigospidalklappe. Die besteht aus drei Segeln, die zusammenkommen müssen, damit dieses Ventil geschlossen wird. Dann geht das Blut in die Lunge. Und um in die Lunge zu kommen und nicht aus der Lunge zurückfließen zu können, gibt es die Pulmonalklappe. Die dicht das quasi ab. Die besteht aus so drei Taschen, wie drei halbe Bälle. Kann man das eigentlich bezeichnen. Und wenn das Blut dann durch die Lunge durch ist, muss es durch die sogenannte Mitralklappe. Das sind zwei Segel. Das ist von Bischofshut quasi eine Ableitung dieser Name. Und wenn das Blut dann in der linken Hauptkammer ist, wird es ausgetrieben in den Körper. Und dafür muss es durch die Aortenklappe. Und da ist ganz wichtig, der Blutdruck im Herzen muss relativ hoch sein, kann man sich ja vorstellen, weil ja der ganze Körper mit Blut versorgt werden muss. Der Blutdruck vor allen Dingen dann, wenn das Herz nicht arbeitet, in der sogenannten Diastole, ist niedrig. Und das Blut würde dann zurückfließen ins Herz. Und das darf nicht passieren. Und dafür gibt es dann die Aortenklappe, das ist die letzte Klappe. So wie Sie es gerade ja beschrieben haben, haben die Klappen sehr wichtige Aufgaben und sind wahrscheinlich auch sehr komplex. Wie viele Menschen in Deutschland sind so ungefähr davon betroffen, dass deren Klappen nicht richtig funktionieren? Also, dass deren Klappen nicht richtig funktionieren, das ist ganz schwer zu sagen, weil die gehen ja meistens nicht zum Arzt. Aber man kann sagen, relevante Herzklappenerkrankungen, also der Patient spürt das oder der Arzt hat ihm gesagt, hör mal, das ist jetzt ernsthaft. Gibt es sehr viele, zum Beispiel bei der Aortenklappe sind das, sind ja alles Erkrankungen auch des höheren Alters im Wesentlichen. Bei der Aortenklappe sind das bis zu einer Million Menschen, die betroffen sind in Deutschland. Das ist ein bisschen eine Mischkalkulation, weil viele, die eine Aortenklappenproblematik haben, dann auch eine Mitralklappenproblematik haben. Aber sie können davon ausgehen, dass wir zwei, drei Millionen in unserer Bevölkerung haben, die ein relevantes Herzklappenvizium und Herzklappenfehler haben, der behandelt werden müsste. Also mit Mischkalkulation, also meinen Sie, dass quasi zwei oder drei Klappen sogar betroffen sind bei Patienten. Sie haben das eben schon angedeutet, entscheidend sind ja die Beschwerden. Der Patient geht erst zum Arzt, wenn er Beschwerden hat. Und Sie haben ja beschrieben, dass Sie dafür zuständig sind, die Herzklappen auch, dass quasi das Blut, der Sauerstoff durch den Körper mit transportiert wird. Was sind die typischen Beschwerden, die Betroffenen haben? Woran zeigt sich, dass man Probleme mit den Herzklappen hat? Ja, also es ist ein wenig unterschiedlich, je nachdem, welche Herzklappe betroffen ist. Aber im Wesentlichen für alle trifft zu, dass die Patienten nicht mehr gut belastbar sind. Sie werden müde, abgeschlagen. Sie haben Luftnot im Alltag. Wenn Sie eine Treppe gehen müssen, merken Sie plötzlich, im ersten Stock muss ich stehen bleiben, weil ich knapp nur Luft bekomme. Sie können Wasseransammlungen im Körper haben, also abends dicke Beine beispielsweise. Oder ein typisches Symptom ist dann auch, dass die Patienten nachts häufiger raus müssen, um Wasser zu lassen, weil sie quasi tagsüber das Wasser angesammelt haben im Körper. Und wenn sie dann in der Waagerechten liegen, das Wasser wieder abgeben. Das sind typische Symptome. Und dann kann es auch zu Schmerzen in der Brust kommen, bei der Ortenklappen-Problematik. Das ist relativ selten. Und wenn es ganz weit ist, kann es auch sogar zu Bewusstlosigkeiten kommen, mal mindestens zu Schwindel, Gang und Sicherheit. Also relativ, das macht es auch nicht so einfach, relativ diffuse Beschwerdesymptomatik. Man kann nicht sagen, es gibt jetzt ein Beschwerdesymptom, zack, das ist genau die Diagnose. Das ist ja dann auch die Herausforderung, sowohl als Arzt als auch jetzt als Zuhörerin, Zuhörer. Weil wenn Sie beschreiben, dicke Beine, Flüssigkeit, Wasser in den Beinen, das kann auch an anderen Problemen liegen. Nachts raus müssen, pinkeln, kann auch an der Prostata beim Mann liegen. Die Brustschmerzen, kann der Herzinfarkt sein, Müdigkeit. Und wenn es der Eisenmangel ist, wie machen Sie dann quasi, wenn Patienten trotzdem zu Ihnen kommen, nähern Sie sich quasi langsam der Diagnose, da ist vielleicht ein Klappenproblem. Wie könnte der Zuhörer jetzt vielleicht auch denken, oh, es liegt bei mir vielleicht nicht am Eisenmangel, sondern es könnte ein Klappenproblem sein? Ja gut, wir operieren ja auch mit Wahrscheinlichkeiten. Ich meine, wie fast alle Menschen. Wenn Sie jetzt einen Menschen haben, wo Sie denken, das ist wahrscheinlicher, dass der diese Krankheit, sagen wir mal einen Ortenklappenfehler hat, das ist ein älterer Patient beispielsweise, der vielleicht auch noch was an den Herzkranz gefäßen hat, das kommt nämlich oft koinzident vor miteinander, der dann klagt über Fastbewusstlosigkeiten und Luftnot. Das lässt einen dann eher in diese Richtung denken, einer Ortenklappenproblematik, als wenn der sagt, ich habe, oder wenn eine jüngere Frau kommt beispielsweise, die eine starke Monatsregel hat und dadurch viel Blut und viel Eisen verliert, blutarm wird und dadurch Luftnot entwickelt. Da würde man nicht in Richtung Klappenfehler zunächst mal denken. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Es gibt halt eben auch angeborene Herzklappenfehler, die auch spät erst entdeckt werden und die man natürlich da nicht a priori kennt oder wahrnimmt, weil der Patient vielleicht mit 25, 30 mit Luftnot kommt, wenn man annimmt, Mensch, das kann nicht sein, was hat der? Und da trifft man dann teilweise auf sehr überraschende Diagnosen, auf missgebildete Herzklappen beispielsweise. Sie haben es jetzt schon einmal angedeutet und in einem Vortrag von Ihnen, habe ich kürzlich einmal gelesen, da haben Sie gesagt, die Heilungschancen der meisten Herzklappenfehler sind inzwischen sehr gut. Gut. Können Sie einem mal ganz kurz vielleicht einen Abriss geben, wie sich die Behandlung von Herzklappenfehlern so in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt hat? Wo standen wir vielleicht vor 20 Jahren, vor 10 Jahren versus jetzt? Ich fange vielleicht mal gar nicht so weit zurück an, aber vor 50 Jahren konnte man das gar nicht, im Wesentlichen gar nicht behandeln. Wie im Übrigen auch vor 70, 80 Jahren keinen hohen Blutdruck. Es gab kein Medikament und so gab es natürlich auch keine anständige Operation, um eine Herzklappe zu behandeln. Das ist im Prinzip vor 20, 30 Jahren mit den ersten abenteuerlichen Versuchen, zunächst mal mit manuellen Versuchen, ins Rollen gekommen und war dann zunächst ganz eine Domäne der offenen Herzchirurgie. Das heißt, der Patient musste offen behandelt werden, an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden. Der Brustkorb musste ganz geöffnet werden, also eine große Operation. Und das ist immer mehr miniatarisiert worden. Einerseits bei den Herzchirurgen selbst, die das im Übrigen ganz hervorragend machen und ganz hervorragende Ergebnisse bei fast allen Klappenfehlern haben und das inzwischen auch über kleine Schnitte nur an der Seise des Brustkorbes machen können. Und das ist eine Entwicklung der letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Und parallel zu dieser Entwicklung der letzten, kommt auf die Herzklappe an, über die wir sprechen, 20 bis 10 Jahre nach vorne gerechnet, gibt es die katheterbasierten Eingriffe an den Herzklappen. Und das ist dann auf die Spitze getrieben, quasi wie beim Blutabnehmen, nur ein kleiner Stich mit einem weniger als ein Zentimeter großen Schnitt, über den man dann die Herzklappe ersetzen kann. Das ist so ein knapper historischer Abriss, wie sich das entwickelt hat. Und gerade bei den, was Sie als letztes erwähnt haben, mit den Katheter durchgeführten Eingriffen, das ist ja so auch Ihr Steckenpferd, können Sie das nochmal ein bisschen genauer, vielleicht näher erklären, wie beschreiben Sie das den Patienten, wenn ich betroffen bin, muss ich Angst haben, ist das gefährlich für mich, der Eingriff, kriege ich da was mit bei dem Eingriff, tut das weh? Also bleib mal bei der Ordnklappe, das ist ja dann die sogenannte Tavi. Das Erste, was der Patient wissen muss, ist, dass er eine gefährliche Krankheit hat. Und das ist ja erstmal wichtig, weil wenn er das nicht weiß, kann ich ja nicht mit ihm über ein Risiko sprechen. Weil wofür sollte er ein Risiko eingehen, wenn er nicht ein Risiko für sich selbst hat? Das heißt, er kommt mit einem Problem. Und dieses Problem kann durch eine Tavi gelöst werden. Zu Ihren Fragen, das wird gemacht über einen kleinen Leisteneingriff und die Klappe wird quasi über die Schlagadern, über die Hauptschlagadern eingeführt und zum Herzen geführt. Der Patient merkt davon gar nichts. Der hat keine Narkose, das braucht er nicht, sondern gewiefte anästhesiologische Kollegen sind mit dabei, die den Patienten ins Schlafen bringen, weil der Patient ist auf dem Tisch gleich wieder hellwach und könnte genau genommen auch vom Tisch wieder absteigen, wenn wir das zulassen würden. Der soll zunächst mal ein paar Stunden geschont werden. Und das Tolle an diesen Eingriffen ist, dass er drei Stunden später aufstehen kann, sich aus dem Bett bewegen kann und eigentlich einen Tag oder zwei später die Klinik verlassen kann. Und dann auch nicht diese Verletzung hat, wie wenn man eine große Operation hatte beispielsweise, dann muss man sich ja von der Operation zunächst mal holen, bis man überhaupt den Vorteil des Eingriffes wieder wahrnimmt. Das ist dabei nicht der Fall. Und für Patienten oder Betroffene nach dem Eingriff, inwiefern ändert sich vielleicht das Leben danach? Welche Tipps geben Sie den Patienten mit? Müssen die auf bestimmte Sachen achten? Was sagen Sie ihnen da? Also, ich meine, die meisten medizinischen Eingriffe sind ja nur dann gut, wenn man danach auf nichts achten muss oder auf wenig, weil sonst macht es ja wenig Sinn, es zu tun. Und wenn sie quasi ein Werk an Regularien über den Patienten stülpen, weil sie einen Eingriff machen, ist ja was nicht in Ordnung. Und das ist genau bei diesen Herzklappeneingriffen eben nicht so. Die mussten sich vorher einschränken, weil sie vielleicht Luftnot hatten, nicht mehr belastbar waren. Das wird besser, das wird deutlich besser. Und es gibt ganz, ganz wen, eigentlich nichts, worauf die achten müssen. Die müssen Medikamente meistens sowieso nehmen, für einen hohen Blutdruck, für Cholesterin und Ähnliches. Und oft haben die auch einen Blutverdünner wie Aspirin an Bord. Und das ist das Einzige, was die Klappe benötigt. Ein bisschen, ein wenig Aspirin. Man muss das Blut auch nicht stärker verdünnen, für solche Herzklappen beispielsweise. Und dieses Aspirin muss dann täglich eingenommen werden. Und das ist dann schon ein Muss für die Patienten wahrscheinlich. Das ist ein Muss, wobei das klingt schon wieder schlimm. Aber die Patienten haben ja meistens auch Veränderungen an ihren Blutadern, am Herzen, an den Herzkranzadern und müssen sowieso das Aspirin nehmen. Oder was weiß ich, hatten wir einen Schlaganfall früher. Das heißt, das ist sowieso, damit kommen die, würde ich sagen, 80 bis 85 Prozent der Patienten kommen damit schon. Das heißt, es ist kein Add-on, das ist keine zusätzliche Bürde für den Patienten. Weil wir gerade schon bei den Medikamenten sind. Sie haben einmal beschrieben, früher wurde es quasi offen operiert. Da wurde der Oberkörper aufgemacht, die Herzklappe quasi behandelt. Dann haben Sie die Minimalinvasive oder das Minimalinvasive-Verfahren gerade beschrieben. Kann man so Herzklappenfehler auch mit Medikamenten behandeln im ersten Schritt vielleicht? Gibt es da Möglichkeiten? Wie sieht da vielleicht auch die Forschung aus in Zukunft? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Man kann die Klappenfehler immer behandeln mit Medikamenten, aber man behandelt nur die Folgen und die Symptome. Das heißt, es ist eine rein symptomatische Therapie, um zum Beispiel das Wasser aus dem Körper zu bringen mit Wassertabletten beispielsweise oder Herzrhythmusstörungen, die entstehen, durch die Herzklappenfehler gleichzeitig zu behandeln mit einem Beta-Blocker unter Umständen. Aber Ihre Frage zielt sich ja auch auf die tatsächliche Zukunft ab. Die Klappenfehler entstehen ja nicht von ungefähr. Die Ortenklappenstenose ist der häufigste Klappenfehler, also die Verengung dieser Ortenklappen, der letzten Klappe, bevor das Blut in den Körper kommt, ist ein langer, schlecht verstandener, entzündlicher Prozess, der am Ende dann zu Verkalkungen an der Klappe führt. Das ist aber nicht eine Verkalkung, die irgendwo herkommt, sondern das ist ein sehr komplizierter Prozess zwischen Abwehrzellen und dem Körper selbst, zwischen Risikofaktoren und auch zwischen genetischen Veränderungen in den Patienten. Da wird sehr viel Forschung betrieben. Auch wir haben hier am Standort so ein großes Netzwerk, genau zu diesem Thema. Und natürlich muss das Ziel sein, am Ende nicht mehr diese Klappen wie ein Klempner zu reparieren, so wie wir es jetzt machen, das ist ja im Moment unser Schicksal, sondern den Klappenfehler überhaupt zu verhindern. Aber dafür müssen wir erst mal verstehen, wie es überhaupt dazu kommt, um dann präventive Maßnahmen zu entwickeln. Auf das Thema Prävention, auch für uns, für die Zuhörerinnen und Zuhörer gehen wir auch gleich noch mal ein. Mal was anderes, wenn man so die Diskussion auch in der Öffentlichkeit verfolgt, da wird auch gerade in Deutschland oft gesagt, es wird zu viel operiert, egal welches Fach, ob das in der Orthopädie ist, vielleicht auch in der Kardiologie. Was würden Sie dazu sagen, wenn sozusagen kritisiert wird, dass ja zu oft zu schnell operiert wird und das Gesundheitssystem damit zu sehr auch belastet wird? Ich glaube schon, dass das stattfindet und stattfinden kann. Dafür brauchen wir gute Kontrollmechanismen. Ich glaube auch, dass das passiert und dass wir Anreize in unserem Klinikalltag und überhaupt in unserem Gesundheitswesen haben, die genau das natürlich auch herausfordern, weil man dafür belohnt wird, entlohnt wird. Nicht unbedingt als Arzt in der Klinik, sondern das Klinikum. Aber ich glaube auch, dass ein Großteil der Kollegen, auch ein Großteil der Träger das auch versteht, dass man das nicht tun soll. Und es gibt sicher Ausnahmen, die das sehr stark entwickelt haben. Da müssen wir das Gesundheitssystem an dieser Stelle reformieren, dass wir diese Anreize nicht setzen. Das alles Entscheidende ist, wir brauchen einen mündigeren Patienten, weil die Kontrolle jetzt über weitere Instanzen, Entschuldigen Sie, wenn ich da jetzt nochmal einen Satz dazu sage, über weitere Instanzen, wir leben ja sowieso schon in einer Zeit, in der uns alles vorgeschrieben werden soll. Das halte ich für den falschen Weg, sondern wir müssen die Player, die miteinander zusammenarbeiten, also Patient und Arzt, die müssen da mehr auf Augenhöhe kommen. Und genauso würde ich auch vom Patienten mehr, nicht nur mehr Vorwissen erwarten auf die Dauer, sondern vielleicht auch mehr Mitleistung. Und das würde ja auch dazu führen, dass er es vielleicht auch eher hinterfragt, bevor er meiner Therapie zugeführt wird. Aber ich kann Ihnen da nur Recht geben, da müssen wir dran arbeiten. Das ist aber kein deutsches Phänomen. Ich weiß es gerade ansprechen, wir machen ja auch den Videopodcast jetzt und Social Media ist ja auch ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Spielt das für Sie eine Rolle, für Sie in Ihrer Klinik vielleicht konkret, Aufklärung auch darüber zu machen? Sehen Sie Chancen, vielleicht auch Gefahren, über Social Media aufzuklären? Zunächst mal sehe ich sehr viele Chancen. Man hat immer eine Qualitätsfrage. Das, was getan werden muss, ist auf Papier oder bei Social Media, muss gut sein, muss nachhaltig sein. Man kann keinen Blödsinn erzählen und man darf auch nicht pro domo sprechen für sich selbst. Dann halte ich das für ganz hervorragend. Ich meine, unsere ganz jüngeren Bevölkerung, wenn ich zum Beispiel meine eigenen Kinder sehe, die ziehen ihre Informationen ja nicht von Printmedien, sondern von Social Media. Das heißt, wir müssen das bedienen, damit wir diese Informationen auch in eine breite Bevölkerung bringen. Perfekt, vielen Dank. Soweit, das war mal der erste Teil. Herr Prof. Nickenich, ich stelle meinen Gästen immer fünf Fragen, kurze Fragen, die sie einfach mit Ja und Nein beantworten. Kommen Sie selbst mit dem Auto zur Arbeit? Nein. Kann regelmäßige körperliche Aktivität und eine gesunde Ernährung das Risiko für die Entwicklung von Herzklappenerkrankungen verringern? Ja. Ist es möglich, dass Menschen mit symptomfreien Herzklappenfehlern, also ohne Beschwerden, solange sie leben, keine Therapie benötigen? Nein, schwierig binär zu beantworten. Glauben Sie, dass es in naher Zukunft Herzklappen gibt, die ein Leben lang komplikationslos halten? Ja. Brauchen wir noch ein bisschen Zeit, glauben Sie ja. Und Sie sind ja eine Koryphäe auf Ihrem Fachgebiet. Gibt es aber trotzdem vielleicht manchmal Situationen, in denen Sie auch Kollegen um Rat fragen? Täglich. Also wir sind ja ein großes Team und der Patient kommt ja mit multiplen Problemen. Der kommt ja nicht nur mit einer Herzklappe. Der hat Rhythmusstörungen, der hat Lungenerkrankungen, um an unserer Klinik zu bleiben. Der hat Durchblutungsstörungen. Dafür sind zum Beispiel allein in unserer Klinik Experten, die zu diesen Themen gewinnen, viel mehr wissen als ich. Und warum sollte man sich dem nicht bedienen? Das eine ist ja das Verfahren. Darüber haben wir jetzt gerade viel gesprochen, was man machen kann, was Sie in Ihrer Klinik sehr viel machen. Es gibt aber auch Unterschiede bei der Art der neuen Herzklappen. Es gibt künstliche Herzklappen, es gibt auch sogenannte Spenderklappen vom Schwein, vom Rind, vom Menschen auch. Können Sie einmal die Unterschiede kurz erläutern zwischen einer künstlichen Herzklappe und einer Spenderklappe? Ja, deshalb habe ich eben auch kurz gezögert. Es gibt ja eigentlich schon Klappen, die für immer halten können. Das sind die sogenannten mechanischen Herzklappen. Die sind mehr oder weniger aus Metall. Die haben den großen Vorteil, dass sie für immer halten. Die gehen nicht kaputt, aber die haben den großen Nachteil, dass man eine Blutverdünnung durchführen muss, weil sich sonst Blutgerinnsel auf den Herzklappen bilden können. Und diese Blutverdünnung hat natürlich andere Nachteile, dass man zum Bluter wird und so weiter und so fort. Die biologischen Herzklappen, das sind die, die hergestellt werden aus Schweine- oder Rindergewebe. Die haben den großen Vorteil, dass sie die Blutverdünnung nicht benötigen, haben aber den Nachteil, dass sie nach 10, 15, 20 Jahren, je nachdem, wer diese Klappe erhält, meistens dann doch kaputt gehen und nochmals erneut eingesetzt werden müssten. Das heißt, dass man ganz jungen Patienten, sagen wir mal dem 40-Jährigen, würde man ungern eine biologische Herzklappe einsetzen, weil der soll ja 80 werden oder älter, ist er von der Lebenserwartung. Dann bräuchte der ja ein- oder zweimal noch eine neue Klappe, da wäre das nicht so gut. Und die dritte Frage war zu den menschlichen Klappen. Ja, da gibt es verschiedene Systeme, Homograft-Systeme, es gibt auch menschliche Klappen in ganz normalen Arealen, die dezellularisiert werden. Also die behandelt werden, damit der Körper nicht erkennt, das ist ein fremdes Gewebe. Das ist im Moment noch eine Ausnahme. In bestimmten Bereichen wird das eingesetzt, ist aber jetzt für die große Masse an Herzklappenerkrankungen erstmal nicht relevant. Sie hatten das ja auch, wenn man jetzt so vielleicht mal vergleicht mit anderen Ländern und Sie selbst sind ja seit 2005 Chefarzt am Universitätsklinikum Bonn und haben auch eine längere Zeit in den USA gelebt und geforscht, gearbeitet. Gibt es wesentliche Unterschiede beziehungsweise was kann Deutschland vom Ausland vielleicht auch lernen? Was würden Sie da sagen? Haben Sie was auch mitgenommen aus den USA nach Deutschland? Oh ja, wir können natürlich viel auch voneinander lernen, aber wir können natürlich gerade heutzutage auch viel von den USA lernen. Die USA hat eine viel freiere Art und Weise, an eine Problematik, an eine wissenschaftliche Problematik heranzugehen. Sie haben viel mehr Urvertrauen darin, das Problem zu lösen, was sich ihnen stellt. Damit ist man nicht direkt im Menschen. Wir sprechen jetzt nicht über menschliche Experimente, sondern über Wissenschaft. Sie sind natürlich sehr viel größer aufgestellt, weil es auch eine größere Bevölkerung ist und haben weniger mit Skepsis-Problemen zu tun, die uns teilweise umtreiben, die aber nicht unbedingt eine Grundlage haben, diese skeptischen Probleme. Und das sind große Vorteile, die es in den USA gibt. Es gibt natürlich Gesundheitssystem-Probleme, wo man lieber in Deutschland lebt, weil jeder hier zunächst mal grundversichert ist, dass es in den USA nicht so ist. Das ist ein anderer Aspekt. Aber was die Entrepreneurship, also was ein Unternehmertum, das braucht man ja, um weiterzukommen. Das sind letztlich Unternehmer, die das vorantreiben, sind die natürlich weit vorne. Und das ist auch ein industrielles Thema. Ich bin jetzt kein Industrieller und kein Wirtschaftspolitiker, aber vielleicht darf ich eins sagen, Medizinprodukte sind die Dinge, die wir benutzen müssen, um einem Patienten das Leben zu verlängern und zu verbessern, zum Beispiel eine Herzklappe. Oder das können ja auch ganz andere Dinge sein. Das kann eine Hüfte sein. Im kardiologischen Bereich sind fast ausnahmslos alle Firmen aus den USA und nicht in Deutschland und nicht mehr in Deutschland. Gut, damit haben Sie das angesprochen, einmal so die, ja, vielleicht auch Wirtschaftspolitik oder wie auch gerade Unternehmertum, Startups etc. gefördert werden, wie vielleicht auch eine unterschiedliche Einstellung ist. Wenn Sie selbst jetzt Patient wären und nicht in Ihrer eigenen Klinik vielleicht behandelt werden müssten, in welchem Land vielleicht außerhalb von Deutschland würden Sie sich operieren lassen? Das kommt auf den Experten an. Es gibt ja hervorragende Experten für bestimmte, ich kann jetzt nur mein Fachgebiet gut überblicken, in Spanien, in Italien, in den USA, Sie werden sich wundern, in Brasilien, in Japan, auch in China. Das würde ich dann doch von dem Einzelnen, von dem Individuum aus denken, vor allen Dingen, wenn es was Kompliziertes ist. Wenn es der normale Fall ist, muss man sagen, ist das deutsche System natürlich schon hervorragend, weil Patienten und die Kliniken sind nicht so unter Druck, den Patienten wieder ganz schnell zu entlassen, wie es teilweise in den USA der Fall ist. Also die Systematik in Deutschland und vielleicht, wenn ich in Europa bleibe, in der Schweiz und in Österreich und vielleicht Skandinavien, Niederlande, das ist schon sehr, sehr gut. Das heißt, Sie würden auch sagen, wir meckern eher auf hohem Niveau, wenn man davon spricht, blutige Entlassungen heutzutage im Vergleich zu vor 20 Jahren, dann würden Sie sagen, in anderen Ländern ist es noch extremer, was nicht besser sein muss, aber in Deutschland ist es vielleicht nicht so schlimm, wie es immer die ganze Zeit dargestellt wird. Nein, die Standards, das sehen Sie genau richtig, die Standards sind extrem hoch in Deutschland, auch zum Beispiel für intensivmedizinische Betreuung, wenn ich das jetzt mal aus anästhesiologischen Sicht sehe, da sind wir ganz anders aufgestellt. Es gibt in Frankreich, im Süden Frankreich, hunderte von Kilometern an Landstrichen, wo Sie keine High-End-Versorgung im kardiovaskulären Bereich bekommen können, bei unserem Nachbarn. Und da können Sie ja relativ schnell in andere europäische Länder gehen, wo das noch viel schwieriger ist. In Norwegen, in Norwegen, das reichste Land der Erde, müssen Herzpatienten teilweise 300, 400 Kilometer geflogen werden. Zurück noch einmal zu den Patienten jetzt, zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Die fragen sich natürlich immer, was kann ich selbst tun? Und wir hatten das vorhin ganz am Anfang mal angesprochen, Stichwort Prävention auch. Gibt es bestimmte Lebensstilfaktoren, die das Risiko für die Entwicklung von Herzklappenfehlern erhöhen könnten? Also was ist schlecht? Was erhöht mein Risiko, so eine Aortenklappenstenose zu bekommen, wie Sie gerade erwähnt haben? Die Risikofaktoren sind sehr ähnlich zu dem eines Herzinfarktes, bei der Aortenklappenstenose. Bei einem anderen Klappenfehler ist es anders gelagert. Aber weil das der häufigste ist, ist das vielleicht auch der interessanteste. Und das ist ganz klar. Wenn ich übergewichtig bin, wenn ich meinen Blutdruck nicht gut kontrolliere, wenn ich ein hohes Cholesterin habe oder unter einem Diabetes mellitus leide, weil ich vielleicht übergewichtig bin, dann habe ich eher eine Chance, einen solchen Klappenfehler zu entwickeln. Und dann andersherum gefragt, welche konkreten Tipps würden Sie vielleicht mitgeben oder gibt es welche für gesunde Herzklappen? Also kann ich meine Herzklappen quasi stärken, in Anführungsstrichen stärken? Ich kann verhindern, kann größere Schädlichkeiten verhindern. Die armen Dinger müssen ja 100.000 Mal pro Tag schlagen. Das heißt, Schaden kommt da irgendwann sowieso vor. Aber all das, was wir eben schon genannt haben, indem ich versuche, normalgewichtig zu sein, indem ich versuche, täglich mich körperlich zu betätigen, die Blutfettwerte versuche, in den Griff zu bekommen, um ausgeglichen, mich zu ernähren. All diese Dinge wirken auf bestimmte Herzklappen, wie die Aortenstenose, aber sind insgesamt wichtig, weil wenn ich dann tatsächlich doch an einer Klappe erkranke, habe ich Reserven aus anderen Gründen. Weil wenn ich jetzt an der Mitralklappe krank werde, die überhaupt nichts mit Cholesterin zu tun hat oder mit hohem Blutdruck zunächst mal, näherungsweise, aber dann gleichzeitig schon einen Herzinfarkt hatte, weil die anderen Dinge alle aus dem Ruder gelaufen sind, dann bin ich mit der Mitralklappe sehr viel schlechter dran, weil dann die Dinge zusammenkommen. Und aus betroffenen Sicht jetzt, wenn jemand weiß, okay, ich habe einen Herzklappenproblematik, der Hausarzt hat das mitgeteilt, der Kardiologe hat mir das mitgeteilt und jetzt ist er am Überlegen, gehe ich ein Krankenhaus an ein Klinikum, wo es eine Herzchirurgie gibt oder die Kardiologie macht das, Sie haben ja eben auch erwähnt, dass früher am offenen Oberkörper operiert wurde, jetzt wird das anders gemacht. Nach welchem Kriterium operiert es ein Herzchirurg, nach welchem eher ein Kardiologe? Gibt es da was, was so ein bisschen handfest ist, was für Betroffene wichtig ist zu wissen? Also der erste Teil Ihrer Frage ja, wo soll er hingehen, der Patient? Der Patient sollte immer dorthin gehen, wo alle Möglichkeiten bestehen. Das rate ich, weil ein Klappenfehler ist ja oft eine einmal im Leben stattfindende Problematik. Das heißt, ich sollte mir das bestmögliche Setting suchen. Und da sollte immer ein Herzchirurg und Kardiologe vor Ort sein. Das ist der zweite Teil Ihrer Frage. Ja, warum? Weil die Kollegen miteinander sprechen und die bestmögliche Therapie gemeinsam diskutieren und dann dem Patienten einen Vorschlag machen. Das nennt man das sogenannte Herz-Team. Das ist zum Beispiel bei uns, wo es aber in vielen anderen Kliniken, wo Herzchirurgie und Kardiologie zusammenkommen, auch so. Und da kann sich der Patient sicher sein, die bestmögliche Therapie kommt zustande. Und wonach richten sich solche Diskussionen? Was sind so grobe Leitplanken? Also wenn ein Patient ganz jung ist, der ist, sagen wir mal, 30, 40 Jahre alt und hat einen Mitralklappenfehler, weil dort was Kleines ausgerissen ist, dann ist der so gut zu operieren, der hat so ein geringes Risiko für eine Operation, der hat eine 99, mehr als 99 Prozent Chance, dass er das ohne jedes Problem gut übersteht und überlebt. Und der Chirurg kann das am besten reparieren an der Stelle. Das ist ein klassischer Patient, der herzchirurgisch versorgt werden sollte. Ein 78-jähriger Patient, der eine Ortenklappenstenose hat, der kann ansonsten gesund sein, aber der ist schon 78 Jahre alt, dem gibt man eine Katheterklappe, weil das Ergebnis das gleichgute ist in dem Falle. Also so werden quasi die Fälle im interdisziplinären Team besprochen und deswegen empfehlen Sie Betroffenen an einen großen, an einen Maximalversorger zu gehen, wo quasi alle Optionen es gibt und wo dann die Ärzte, sozusagen die Fachleute gemeinsam hoffentlich entscheiden, was die beste Lösung für den Patienten ist. Also das ist ganz, ganz eindeutig. Das ist auch der Weg, wo die Medizin inzwischen so ein bisschen hinsteuert, auch politisch hinsteuert, eine gewisse Zentralisierung. Sie müssen ja auch sich vorstellen, je mehr eine bestimmte Prozedur an einem Ort gemacht wird, umso routinierter ist das, umso mehr Abläufe gibt es, die kontrolliert sind. Und letzter Punkt noch, die Kostenträger, die Krankenkassen und auch die Politik, Gesundheitspolitik fordert das. Also beispielsweise, wenn Sie eine Herzklappe einsetzen und das vorher nicht in dem sogenannten Herzteam besprochen haben und das dokumentiert haben, dann laufen Sie Gefahr, dass diese Operation nicht bezahlt wird. Zu Recht. Weil das schon sein muss, dass der Patient die bestmögliche Auswahl hat. Wenn man einmal das Ganze vielleicht aus einer ethischen Perspektive sieht, wir haben über das Medizinische gesprochen, auch kurz jetzt sozusagen das Soziopolitische, vielleicht auch mal kurz das Ökonomische, mal aus einer ethischen Frage oder Sicht, wie gehen Sie damit um mit ethischen Fragen im Zusammenhang mit der Implantation von Herzklappen oder Transplantation? Also ethische Probleme bei Herzklappeneingriffen sehe ich eigentlich relativ wenige oder gar keine. Es sei denn, man würde jetzt sagen, die Tiere müssen natürlich geopfert werden, damit die Patienten weiterleben können mit einer neuen Herzklappe. Das würde ich aber nicht als relevantes Problem ansehen. Ich denke, das ist sehr gut überlegt und sehr gut eingesetzt und das Recht hat, glaube ich, der Mensch an der Stelle. Das würde ich mich jetzt mal wagen zu sagen. Bei einer Herztransplantation sehe ich auch in unserem extrem gut kontrollierten Problem nicht das, in unserem extrem gut kontrollierten System nicht das Problem, dass das Spendeorgan irgendwo herkommt und dann hier eingesetzt wird. Das kann man, glaube ich, ausschließen, zumindest mal für Deutschland. Ein ethisches Problem ist natürlich die Nichtverfügbarkeit von Organen. Das heißt, wir müssen alle gemeinsam dafür werben, dass wir, wenn wir ein großes gesundheitliches Problem haben und vielleicht versterben, dass wir in der Lage sind, dass wir willens sind, unsere noch gesunden Organe abzugeben, damit andere Menschen davon profitieren können. Das halte ich für ein gesamt gesellschaftliches ethisches Problem. Da müssen wir uns vielleicht mehr der Verantwortung, der Solidarität stellen. Und konkret dazu haben Sie selbst einen Spendeausweis? Ja. Noch eine persönliche Frage jetzt zum Abschluss. Wenn Sie nicht Medizin studiert hätten und jetzt nicht Arzt wären, welchen Beruf würden Sie jetzt gerne alternativ ausüben? Wo würden Sie sich gerne sehen? Das ist eine schwierige Frage. Das ist mein Hobby, was ich mache. Das mache ich sehr gerne. Ich habe ein großes Faible für Musik. Also Musiker könnte ich mir vorstellen. Musiker. Stark. Abschließend noch. Welchen persönlichen Tipp in Bezug auf das heutige Thema Herzklappen, Herzklappenerkrankungen haben Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Grundsätzlich ist wichtig, dass wir uns nach unserem gesunden Menschenverstand verhalten. Das heißt, versuchen, sich gesund zu ernähren, viel sich körperlich zu bewegen und insgesamt ein halbwegs normales Leben in der Mitte des eigenen Lebens zu finden. Das ist natürlich nicht immer einfach. Dann ist man zumindest gewappnet, wenn Herzklappenfehler kommt, weil die anderen Organe und der restliche Körper noch halbwegs gesund ist. Das sind die wesentlichen Dinge und immer auf die Symptome achten, die einem ein Körper bietet, wie zum Beispiel, wenn man wirklich Luftnot bekommt, Schmerzen in der Brust, dass man dann um Hilfe bittet. Ja, vielen Dank für Ihre wertvolle Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne teilen Sie das Video und gerne schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.